Das hier ist das beste Mic unter 100 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr das Mic schon kennt, aber laut meiner Meinung ist es das Auna Mic 900B. Das kostet so um die 70 bis 80 Euro und hat für den Preis wirklich eine super Qualität. Ich habe das Ding früher ein paar Jahre benutzt und hier seht ihr mal einen kleinen Soundtest. Du möchtest coole und günstige Gadgets finden für dein Zimmer, die noch nicht jeder YouTuber dir gezeigt hat? Dann bist du bei diesem Video total richtig. Also ihr merkt schon, der Sound ist im Vergleich zu so einem Mikrofon, was viel, viel mehr kostet, wirklich gar nicht so groß. Für mehr Tipps wisst ihr, was zu tun ist.